hallo willkommen auf meinem kanal mein name ist inka und ich habe hier eine gemalte karte so eine karte ist immer ein schönes geschenk so ein mitbringsel wenn man mal irgendwo zu besuch ist dann kann er auf der rückseite einen sprung schreiben wenn ihr wissen wollt wie diese karte gemalt worden ist dann seht euch jetzt das video an und möchtet ihr selbst so eine karte malen dann besorgt euch wie gesagt diese postkarten ich habe hier die kanten abgerundet aber ihr könnt es auch so belassen ohne kanten abholung im rahmen packen es ist ein schönes kleines geld also aquarell lab farbe blitzer farbe auch hier in gold weißer gel stift schwarzer paint marker und aquarellierbare wash pen pinsel stifte und dann sage ich jetzt mal auf die farben pinsel los viel spaß beim ansehen und dann sage ich jetzt mal auf die farben Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020